Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema, wie man LibreOffice 5 unter Linux Mint installiert. LibreOffice 5 ist ausgegeben und steht zum Download bereit. Ich möchte das Office Paket unter Linux Mint 17.2 installieren. Wie geht das? Man kann sich die neueste Version von der Projektseite herunterladen. Auf der Seite de.libreoffice.org auf Download klicken, auf neues LibreOffice. Wer LibreOffice 5 auf Deutsch haben möchte, braucht sowohl das Hauptpaket, circa 230 MB groß und die Sprachdatei für Deutsch circa 13 MB groß. Zu empfehlen ist dann auch noch die eingebaute Höfe auf Deutsch. Das Paket ist ungefähr 7,7 MB groß. Wenn man all diese Dateien hat, packt man alle drei aus per Archivmanager oder TAR-XZVF-Befehl in der Kommandozeile und bekommt viele DEB-Dateien. Hinweis, man könnte die alte Version von LibreOffice deinstallieren, bevor man die neue einspielt. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. LibreOffice 5 lässt sich parallel zu LibreOffice 4.4 installieren. Wechselt man in der Konsole in das entsprechende Verzeichnis und dann in das Unterverzeichnis DEBS großgeschrieben, führt man folgenden Befehl aus. Damit installiert sich LibreOffice. Das macht man dreimal. Für das Hauptpaket, für die Sprache und für die Hilfe. Ich habe in der Reihenfolge Hauptpaket Sprache und Hilfe installiert. Das klappt unter Linux Mint 17.2. Die Vorgehensweise sollte mit allen Ubuntu-Versionen und Derivaten oder Abkömmlingen funktionieren. Auch unter Debian sollte so eine Vorgehensweise zum gewünschten Erfolg führen. Mittels Kommando LibreOffice 5.0 kann ich dann LibreOffice 5 starten. Das war User Powerful Home Screencast. Tschau und viel Glück.